so schneesturm ist vorbei wir machen uns auch gut direkt auf dem weg mal die richtige taste finden und meine güte gibt es denn sowas wir haben wollen dann gucken wo wir einen generator jetzt mal hin klatschen können jetzt haben wir da ja mal so ein point point of interest weil das ja die nächste aufgabe ist und ich hoffe einfach mal dass er denn noch so ein bisschen stuff gibt oder irgendwas was ich noch nicht so habe ich bin so ein bisschen konzentriert weil ich gerne möchte dass hier ein schnee hauen muss okay also hier können wir nirgends wo sollen wir denn ein punktum hier war ich noch gar nicht oder was ich finde es sieht auch gleich aus hallo hier kann ich noch nicht gewesen sein lebensmüteraktion ich habe da einen scheiß generator gehabt da ist er ja der wuffy okay warte mal den hauen wir jetzt auf die mütze hoffe ich mal also wir haben leben haben wir alles waffen war auch draußen jetzt nehmen wir hier mal f ja jetzt hier scheiß köter komm her sehne ich hab ne sehne ich hab n knochen ich hab ne sehne ich hab knochen sehne ich hab knochen mit sehne ich kann das kackte fleisch nicht mitnehmen wieso hasenfleisch ist hasenfleisch denn schlechter ne hier scheiß wurfstein tschüss und tschüss okay ja also wir haben jetzt erstens wo da steht noch ein generator wir haben doch hier einen generator hiervon ach den hab ich bestimmt beim anderen funkturm eingesetzt ne weil ich nicht wusste was ich tue das kann wohl oh wir haben gar nicht so viel schaden genommen das freut mich aber also ist hier schon mal geschissen wenn ich jetzt mal gen Norden gehe so ein so ruhig kommen die wölfe jaa kommt doch her ich mach euch platt ey so die schmeiche ich mal kurz hier nehm ich mir ne energie riege fratz den mal und nehm meine sehne wieder puh hier ist ja noch einer ach so der macht schon logisch nämlich den pilz voll gut das ist aber auch schön hier die frage aller fragen ist ja auch ziehen wir irgendwann mal rum? müssen wir rumziehen? macht das sinn? war da jetzt echten fuchs drunter? huu bleib doch mal stehen du dummer fuchs oh ich hab was besseres gesehen das kann sagen wir hatten schon was naja gut das der ja nischt hat ist ja nicht so das hier ja nischt drin ist ne ehm ich glaube ich baue mir mal ein kleines Feuer hier probiert hier Erstmal wird nämlich kalt, wir haben ja gelernt daraus und zweitens wirkt das Hasenfleisch hier noch auf Fratzen Weil das ist nämlich nicht so cool, wenn ich hier Nahrung verschwende Jo, das nehmen wir schonmal Bekocht, das ist nämlich noch frisch Vollkommen satt, naja das ist nicht so wild Na ja, dann können wir ja alles schonmal durchbraten Ist auch nicht schlimm Glaub ich zu müssen So, mal richtig hinsetzen Ist ja anstrengend hier Was halt gefragt, ach Gott, ich hab die weite Taste schon wieder gedrückt Fassert immer nicht Passiert mir aber auch immer wieder Okay Groß Hotel Ja, ja, ja So, voll gewärmt, voll gefressen Ah, ich dachte die kann mir entgehen, ne Ich will ja mein Leben wieder hochkriegen Oh, hier ist aber ein juter Berg Hallo? Hallo? Oh, da ist ein Schneehaufen Boah Aua Boah, das ist aber nicht so toll Da kriegt die Beeren da wieder fressen Steinachse bei Puh Na, Gott sei Dank hab ich ne Steinachse gekriegt Wenn das Erz brauchen wir Na ja, die Steinachse brauchen wir jetzt Na ja, können wir erstmal Na ja Wir hauen hier mal ein bisschen drauf Ich finde ich, dass der umfährt Die Frage ist ja auch, gibt's nen Rand der Karte Weil da sind wir bei 24 Wie hoch geht der Ort? Dann geht's ja noch richtig hoch, ne Wenn wir jetzt wieder weiter gegen Norden machen Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist, was wir hier machen Weil hier wird's doch Viecher geben Die wollen wir noch gar nicht sehen, glaub ich Und ich glaub auch Einzel Och Gott, ey Ja, lass kommen Dich gönne ich mir Come on Links, links Oh nein Wie Moabed Ali Dankeschön Ah, ich hab wieder ne Sehnehe gekriegt, ey Äh Äh, ich bin voll Wir sind viel zu voll, ne Wir müssen eigentlich Schlagerplatz hier nachher hin Aber ich glaub, hier wird's nur schnell Ähm, ja So Ja, ein bisschen auffüllen immer Schneehaufen Es fehlt nur noch, dass wir, äh Wurfstein Oh 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 Endlich Oh Wurfsteine Wir sind gerettet Oh Oh Ich dachte, der Moment kommt nie Ja, 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 du fällst da eh rum Wir haben wieder ne Sehne, ne Sehne, ne Sehne, wir haben voll viele Sehnen So So Moment Nein 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 Ich muss mir erst mal pflegen Nein 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 Ich brate die hoch da gleich noch Ich brate den wirklich gleich noch Was ist denn hier? Jetzt hat das echt so viel Holz gekostet, dass ich das da machen konnte? Richtig voller Action hier Weil, wir haben Wurfsteine gekriegt Endlich Und, äh Wir haben da irgendwie so ein Funkturm oder so Jetzt wird schon wieder Nacht Also, mir kommt dieser Zyklus übertrieben vor, ne? Die Nacht, die dauert gefühlt Alter, jetzt bist du völlig, du Vieh Komm her Ah, Quatsch Vorwatzteilen, lass kommen Wurde 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 Schneller, 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 schneller Das war aber nicht Teil des Plans Ääh Das war aber nicht Teil des Plans Das auch nicht ne 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 most of this is the hungry wie kannst du ruhig da oben bleiben momente ocho Also, den Schweinchen kriegen wir nicht, weil da ist ein blöder Köter. Und dieser scheiß Köter kommt hier auch noch. Nö, nö. Da jeg doch lieber nach Hause. Äh, ich bleib denn lieber beim Feuer. Na klar, wir sind in der Wildnis und jetzt kommt der Sturm. Na klar, warum denn nicht? So, Rücken muss man durchdrücken. Kennt ihr ja. Oh, man wird ja auch nie liegen. Jetzt müssen wir hier noch gucken, dass man hier vor der Runde geht, ey. Oh, ja, bestimmt habe ich hier Todessturm 3000. Geil. Ja, da kann man nicht viel machen jetzt, ne? Na, mal Kaffee. Einen Kaffee. Einen Käffchen. Herrlich. Ja, jetzt bei den Temperaturen. Oh, Mann. Einen heißen Kaffee trinken. Oh, wir haben überlebt. Welch eine Überraschung. Aber ich will auch ehrlich gesagt, äh, nicht gleich wieder sterben. So, die Nacht ist noch ein bisschen. Rennen wir jetzt wirklich zurück. Und sichern die Seen. Ich finde es schade, dass wir nur einen Knochen haben. Und ohne Gift, ganz ehrlich, ist das alles für einen Arsch. Aber wir müssten eigentlich zurück, weil Elos Quentos, äh, Giftos, äh, Quatsch. Meine ich, äh, die Pilze, die halten ja auch nicht allzu lange. Das, ähm, sollten wir bedenken bei der Sache. Na, also denkt immer daran, irgendwann müsst ihr zurück. Ich weiß auch nicht, ob das für sinnvoll ist, dass wir das Lager nie mitnehmen. Aber so könnten wir natürlich dann immer schnell was bauen. Aber ich finde so ein Statues zu spielen. Ein Stock. Na klar, nehm ich mit. Ähm. So, wenn man so eine Base hat und von da aus dann immer irgendwas macht, finde ich irgendwie persönlich cooler. Ja, und ohne... Ohne Lager wird's natürlich auch so eine Sache, ne. Also, wir haben auf jeden Fall Pilze satt. Ah, ich dachte ich kann nicht irgendwie poppen. Dass die da irgendwo festhängt, oder? Ich dachte ja auch stehenbleiben muss, ne. Oh. Okay. Was denn jetzt? Okay. Ich hab noch Pilze gekriegt, ey. Glocke, ne. Hau bloß ab, blöde Sau. Blöde Sau, du. So. Trautes Heim. Glück für mich. Okay. Ja, ich sollte auch mal, das können wir auch jetzt noch machen, natürlich wieder ein paar Fallen stellen. Ein paar Trappi Traps. Traveller Traps stellen. Damit... Was können wir hier denn? Haben wir noch Chancen auf Sehnen? Boah. Geil. Angriffsgeschwindigkeit. Boah. Geil. Aber hier brauchen wir Fell. Hier können wir auch nochmal. Boah, geil. Und hier, weil wir ja am Platz so wenig... Boah, okay, mal. Die Liste wird immer... Zwei... Zwei Plätze können wir noch. Geile, geile, geile Kacke. Voll die geile Kacke. So, was können wir denn schönes bauen, netzig hier? Rotwildnahrung. Ne, wollen wir da mal nicht. Noch ein Spitzhacker. Was macht die? 1,5. Und mehr Schaden macht die. Oh, die machen aber deutlich mehr Schaden, ne. Aber ich hab noch einen Knochen. Das tut mir leid. Ähm, aber weil denn... Ja, die verbrauchen wir noch. Aber den Stuff, den können wir hier lassen, weil der wird dann schlecht. Das machen wir nicht dann am meisten, glaube ich. Und, ähm... Wir hatten doch eigentlich noch einen Knochen. Noch einen. Hatte ich denn nicht noch irgendwo Knochen? Ey, wo ist denn? Äh? Ja, ich auch noch. Okay. Okay. Den nimm ich mal mit. Echt, ey. Ich hatte... Ich hatte nur einen Knochen. Das ist Mist. Ich dachte, ich hab mehr noch. Aber wir brauchen auf jeden Fall das Fell. Ein Fell zum Aufwerten. Oh, wir brauchen das so nötig. Okay, gut. Die Trap hat immer noch nicht. Na, dann bauen wir mal zwei Traps auf jeden Fall. Oh, wir können den Bogen jetzt endlich bauen. Aber Pfeile. Wie viele Pfeile macht der denn? Munition für einen Bogen. Ja, den bauen wir mal. Dann mach ich den mal ganz nah hinten. Ja, und dann natürlich hier wieder... Ordentlich an Lebensmittel. Ja, wollten wir eh. Wollten wir... Natürlich. Ich hab mir doch nicht verklickt. Boah, wir haben so viele. Geil. Ne, dann würde ich sagen, ich baue hier noch ein bisschen weiter. Ach so, ich bin ja schon fertig. Äh, ja. Fertig gebaut. Ja, der war mal wieder. Gott, ey. Da gibt's noch richtig was zu tun. Irgendwie fehlt uns ein Generator. Ich muss mal gucken, wie wir einen anderen Generator noch kriegen. Irgendwie muss ich da ja was geben, ne? Ich wüsste mal gerne, wo ich den hingeballert habe. Weil da oben ist ja dann so ein bisschen was ganz komisch. Was steht da? Leitung. Boah. Mist. Ich würde sagen, wir gehen das nächste Mal hier so unten hin und gucken da mal, was da ist. Aber man kann auch ruhig hier ranzoomen, ne? Aber man erkennt da nicht so viel. Was ist denn da was? Da ist ein Gebäude. Da sind die Stromleitungen. Oh, hier unten ist auch irgendwas. Mist. Was ist das? Ach so, die Gefangenen, ja. Ja, wir gehen das nächste Mal hier so hin. Alles klar. Bist du Bescheid, ne? Ciao. Ciao.